Nimm Platz und stirb. Kriminalhörspiel in fünf Folgen nach dem gleichnamigen Roman von Hans Kruhl. Funkbearbeitung Hans-Georg Berthold. Vierte Folge. Wir stolperten über drei flache Steinstufen. Dann kam eine breite Holztür mit verwitterten Fischgrätenplanken. Der Jühl drückte sie nach innen. Wir gerieten in einen engen, zellenartigen Vorraum, in dem es finster war als draußen. Es roch nach staubigem Stoff. Der Jühl bohrte sich in die Falten eines Vorhanges. Dahinter war mattes Licht. Wir waren bei Adele, der Künstlerkneipe, von der Vera gesprochen hatte. Eine hübsche kleine Bar, altmodisch wie das Foyer eines Residenztheaters.